Das ist ein Leitfaden für Golfer, mit D für die leitgeprüften Golfer, heisst Single in 365 Tagen und erklärt als erstes Buch, als erstes Golfbuch weltweit, wie man schlechter Golf spielt. Also tut genau das Gegenteil machen von dem, was alle anderen Golfbücher erzählen. Warum schlechter spielen? Ganz einfach, wer gut Golf spielt, setzt seine Beziehung aufs Spiel. Wer den ganzen Tag voraus ist, jeden Tag bellet, 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 bellet und in der Sonne umeinander irrt, der ist am Abend so müde und ausbrennt, dass er kaum mehr irgendwelche Beziehungen pflegen möchte. Im Buch hat es eine minutiöse Anleitung, wie Sie schlechter Golf spielen können und es hat diverse Illustrationen, 95 sind sie, und die geben einen schönen Einblick ins Leben von Golfenden. Jetzt sieht man mich gerade nicht mehr, Achtung, ich komme wieder vorne, jetzt bin ich da. Das Buch würde ich Ihnen sehr empfehlen, es ist ein wunderbares Geschenkbüchli und auch alle die, die engagiert golf und wirklich ein Single-Handicap wollen, sollten es lesen, weil wenn man genau das Gegenteil von dem macht, was in dem Buch drin steht, dann ist die Chance relativ gross, dass man ein Single-Handicap in 365 Tagen bekommt.